Wir kommen zum Meto. Das sind alles Lügen. Die Wahrheit ist noch viel schlimmer. Ich war im Zug, als es passierte. Ich versuchte, meine Familie anzurufen, kam aber nicht durch. Schau, es ist meine gute Grafik. Steh ab. Pfuh. Pfuh, Pfuh, Pfuh. Pfuh, Pfuh. Ich habe einen von ihnen gesehen. Lebendig. Ich bin sofort aufgebrochen, um dich zu finden. Denn du warst doch derjenige, den sie kontaktieren wollten. Bevor du den Raketenangriff auf sie gestartet hast. Krant. Wie zum Teufel bist du hier reingekommen. Raus. Sofort. Ja, Ullmann, einen Moment. Wenn ein Schwarzer überlebt hat, dann ist es extrem wichtig, dass du versuchst, mit ihm zu sprechen, Artyom. Ich verstehe ja, dass du jetzt, seit du zum Orden gehörst, Miller unterstehst. Aber wir müssen ihn überzeugen, diesen Einsatz zu genehmigen. Komm, ich hab dir gesagt, du sollst verschwinden. Das ist eine geheime Basis. Du dürfst nicht einmal hier sein. Ich bringe dich zu Obers, Miller. Folge mir, Artyom. Mach dich bereit, Artyom. Ich warte am Ausgang. Bewegung, du Windbeutel. Die beste Grafik ever. So, ich hab mir für GPS 4 um 20 Euro neu gekauft. Und 20 Euro kriegst du 1, 2 und in 3atum 40 Euro. Von Metro. Und die beste Grafik. Keine Grafik. Die Gesichter und alles, das ist neu. Perfekt. Keine Grafik. Hier in der Metro gibt es auch ein paar Hotspots. Vergiss nicht die Filter für die Maske. Klar, sieht auch ohne sie ziemlich cool aus. Aber die sind definitiv besser für deine Gesundheit. Jetzt die Medi-Bags. Tja, was soll ich sagen. Alles, was du zum Überleben brauchst. In einer tollen, orangefarbenen Baku. Hier ist ein Vorschuss für diesen Monat. Denk immer daran, dass du mit Militärpatronen bezahlt wirst. Klar kannst du die als gewöhnliche Munition verwenden, um besonders viel Schalung zu richten. Aber du kannst sie auch verwahren, um neue Waffen zugehören, Atomun oder Ausrüstung zu kaufen. Es ist wohl klüger, dein Geld bei den Händlern zu lassen, die sich überall in der Metro finden. Okay. Okay. Warten. Ah. Okay. In Ordnung. Jetzt du den klünen Sachen. Suchen wir dir ein paar Fummen aus. Nimm die, die du möchtest und probiere sie auf meiner Schießbahn aus. Okay. Uh. 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 Okay. Nimm mal die da. Ah. 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 Ah, cool. Und wenn du den Unterschied hast, du solltest die Faktionen um die Rüstung dringen. Halte nach Bücken auf, schau zu sehen, wenn du auf einen riesigen Rüstung schiebst. Probier mal einen... Das ist ein kritischer Treppe. Hast du den Unterschied bemerkt? Hm, wenig. Das waren die Grundlagen. Du kannst noch weiter üben. Oder du willst ein, dass wir schon gehen. Mein Koffe. Gib hier. Feuer! Also, mit dem Spiel werden wir noch ein bisschen mehr Spaß haben. Als mit Outlast, glaube ich. So, ist da was? Nein. Öffne die Toren. Hast du von Lesnicki gehört? Das ist sowas zum Song, oder? Frag mal die Wachen am Labor. Ach, scheiße. Was zum Teufel hat er getan? Ich höre immer meine Klappe wenn ich so fange zum Reden. In Ordnung. Gehen wir. Okay. Die Gräber von allen Königen und mit allem Gefühlen, was sie im Einsatz brauchen konnten. Wachen, Gold, Streitwagen. Die hätten ihre Frauen und Sklaven geopfert. Alles im laatste. Was ist das, was ich mich das hier Columbus war? Ich bin wunderschön. Mach doch der Scherz. Was ist? Die Grafbäuber immer auf schreckliche Art von Dämonen, Geistern und ihrer eigenen Kiel betötet. Kahn, hörst du jetzt endlich auf, oder was? Hey, ich habe gehört, dass Lesnitzky was angestellt haben soll. Was ist passiert? Weiß keiner. Lesnitzky war beim Labor. Als die nächste Schicht kam, stand die Tür auf und unter dem Labor war geplündet. Lesnitzky war weg. Scheiße. Und was war drinnen? Chemische Waffe. Vielleicht irgendeine andere Scheiße. Mehr weiß ich nicht. Ach verdammt. Der Oberst wird mir wegen Lesnitzky noch eine verpassen. Ein Glühltanzer, stehe ich direkt in meine Selle. Scheiße, ne? Wir sehen uns wie immer. Hey, weiß jemand, worum es geht? Aber... Herrmann, bring diese Typen zu Miller. Die wurden zu ihm bestellt. Juhu. In Ordnung. Reinder, ich warte hier. Sobald ihr weg seid, spreche ich mit Miller. Okay. Bye-bye. Die Bombardierung der Schwarzen war vielleicht der schlimmste Fehler der Menschheit. Was, wenn sie uns nichts Böses wollten, sondern nur zu kommunizieren versuchten? Vielleicht bedeuteten der Stadt Geschwärts und der Verlust des Bewusstseins dagegen waren nur, dass wir inkompatibel waren. Maschinen mit unterschiedlicher Verkabelung. Aber irgendwie hast du, Artyom, einen gleichen Grad. Eine Verbindung zu den Schwarzen. Ja, an der Messe unserer Heimatstation sind Leute gestorben. Hunter, der Beste des Ordens, ist sehr wahrscheinlich ebenfalls tot. Und er hat dich dies gelehrt. Wenn wir in dieser neuen Welt nicht um unser Leben kämpfen, werden wir verschlungen. Das ist das Gesetz der Evolution. Doch ich würde sagen, dass die alten Gesetze nicht mehr gelten. In Ordnung, Artyom. Und Sie, Kahn. Darf dir etwas zu melden? Ja, Oberst. Dann fasst euch kurz. Ich habe in den Gärten einen überlebenden Schwarzer gefunden. Was? Einer von denen lebt noch? Zum Glück, ja. Zum Glück? Kahn! Das ist absoluter Wahnsinn! Die Schwarzen waren die größte Bedrohung, die der Orden jemals bekämpfen musste. Oberst, geben Sie mir nur eine Chance. Ein einzelner Schwarzer stellt keine Bedrohung dar. Artyom besitzt eine Gabe. Ich glaube, er kann mit der Kreatur Kontakt aufnehmen. Lassen Sie ihn mit mir gehen. In Ordnung. Artyom, geh mit Kahn zum Garten und finde den Schwarzen. Ich schicke einen Scharfschütze mit. Einen besten. Anna! Ja, hier! Warum brauchen wir einen Scharfschütze? Um die Kreatur zu eliminieren und die Aufgabe des Ordens zu Ende zu bringen. Miller, Sie können doch nicht. Das ist Mord. Haltet ihn fest! Sie Idiot! Sie machen den gleichen Fehler noch einmal. Wir sind hier fertig. Eskortieren Sie Kahn hinaus. Artyom! Das ist deine letzte Chance auf Vergebung und darauf, diese Albträume loszuwerden. Vergiss Kahn. Anscheinend ist er der Kreatur zu nahe gekommen und hat seinen Verstand verloren. Sieh her, Artyom. Beende diesen Auftrag und komm schnell wieder hierhin zurück. Ein Krieg zieht auf und ich brauche jeden Ranger auf seinem Posten. Ab mit dir! Also, woher wartest du noch? Komm schon, Versuchskaninchen! Artyom! Wenn es stimmt, dass der Schwarze dich spüren kann, vielleicht könntest du ihn dann aus seinem Versteck locken, damit Anna frei zielen kann. Aber, tu mir einen Gefallen. Lass den Schwarzen nicht in deinen Verstand hinein. Sonst hat Anna zwei Ziele. Hast du verstanden? Ach, schau. Wir vermuten jetzt, dass Lesnitzki ein Schläfer macht. Aber wir haben noch nicht... Mit dir fräst du mal schlüpfen. Sag mir nicht, dass du dem Mist von wegen Frieden schließen mit den Schwarzen glaubst. Ich wünschte, ich wäre selbst in diesem Turm gewesen, um die Raketen einschlagen und die Schwarzen in ihrem Nest brennen zu säen. Komm schon, Kaninchen! Würdest du diese Dinger in die Metro lassen? Sie in unsere Gehirne kriechen lassen, damit sie uns wie Tiere benutzen können? Vielleicht sollten wir uns mit ihnen paaren, damit die Kinder an der Oberfläche leben können und die Strahlung auffressen. Scheiße, den Teufel gibt mal nicht die Hand. Oh, Schlampe. Würde dich umdürbsten erschießen. Lächeln die jetzt trrrrrt. Bitte geben das für uns nichts mehr zu tun. Lass uns aufberechen. Ich habe auch keinen Bock. Bis dann. 9. 11. 11. 11. 17.